Mojo Fishing Radio – Deine Zeit am Wasser als Podcast Herzlich willkommen, liebe Angelfreunde, hier in der Mojo Fishing Zentrale an der Elbe. Wir wollen heute mal etwas Neues ausprobieren. Wir wollen ein Format aufsetzen mit dem Namen zehn Fragen an und in regelmäßiger Folge Angelprofis aus Deutschland bitten, uns zehn Fragen zu beantworten. Dabei geht es nicht ausschließlich um die Angelei, natürlich auch, aber es geht auch ein bisschen darum, was hat eigentlich den Angelprofi oder die Angelprofin dazu gebracht, Angler zu werden, professioneller Angler zu werden und ein bisschen was zu erzählen. Und wir sind sehr stolz, dass wir heute als ersten unserer Teilnehmer Jörg Strelo gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist. Hallo Frank. Schön, dass ich da sein darf und eine Premiere. Cool. Uns allen eine Freude. Jörg Strelo sicherlich allen bekannt. Einer der arriviertesten, altgedientesten Angelprofis in Deutschland. Früher beim Blinker gearbeitet, schon seit Jahren selbstständig als Guide hier im Norden und seit einiger Zeit auch sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Angelei beschäftigt, was wir auch sehr spannend finden. Insofern sind wir glücklich, dass wir heute einmal mit Jörg starten dürfen und ich denke, wir beginnen auch gleich mal mit der ersten Frage. Sehr gerne. Die erste Frage lautet ganz einfach, warum hast du mit dem Angeln angefangen, Jörg? Bei mir war das so wie wahrscheinlich bei den meisten, Frank. Auch bei den meisten von euch. Es war halt so, dass Opa und Papa gern geangelt haben. Und die haben relativ früh, was sie genau gemacht haben, kann ich dir nicht sagen, aber sie haben das Virus erweckt in mir. Und ich bin mit vier Jahren nachweislich am Rhein auf den Steinböchungen rumgeturnt und habe halt mit meinem Papa und meinem Opa Rotaugen gestippt. Da habe ich so ein Bambusstecken bekommen. Also wirklich, wie man es in den Kinderbüchern sieht, Petterson und Findus. Also mit einem Bambusstecken und einer kleinen Pose, einer einfachen Schnur dran, dann halt die Chance gehabt, Rotaugen zu stippen. Auf Fische geangelt, die in großen Mengen verfügbar waren. Und so ging das mit zarten vier Jahren los bei mir. Also die familiäre Prägung, ganz einfach. Und dass es mich nicht mehr losgelassen hat, naja, das war dann das, was damals noch nicht absehbar war. Womit wir schon direkt zur zweiten Frage kommen. Warum hast du das Angeln zu deinem Beruf gemacht? Tja, warum macht man das Angeln zu seinem Beruf? Das ist natürlich jetzt so eine Frage, Frank. Da muss ich ein bisschen plaudern. Ich rede ja ganz gerne. Also, es hat sich bis zu dieser Zeit, wo man halt sich mit Wein, Vibe und Gesang beschäftigt, ich bin Rheinhesse, größtes Weinanbaugebiet in Deutschland, viele Weinfeste, halt damals auch zur Schulzeit, zur Abi-Zeit, dann entsprechend diese Locations aufgesucht, hat sich es halt immer bei mir wieder ums Angeln gedreht. Es waren kurze Phasen, wo ich dann halt auch andere Dinge getan habe, wobei das Angeln war, die Geschichte, wo sich für mich der Kreis schon früh geschlossen hat. Und ich habe wahnsinnig gerne schon ganz früh die Angelzeitschriften gelesen. Ich glaube, die ersten Bücher, die ich gelesen habe, waren Angelbücher. Da gab es eins von einem Herrn Aldinger, das hieß Silberne Beute. Das habe ich leidenschaftlich gerne gelesen. Da waren Erzählungen von Angelprofis aus aller Welt zusammengefasst. Und die haben damals halt unglaublich Emotionen bei mir geweckt, die ich dann in Verbindung gesetzt habe zu dem, was ich erlebt habe, wenn ich mit dem Fahrrad ans Wasser gefahren bin und einfach nur auf Rotaugen, auf Schleien sehr gerne geangelt habe. Und habe das in diesen Geschichten wiedergefunden. Und das wollte ich dann auch machen. Schreiben, Emotionen wecken. Und so kam es dann, dass ich damals noch plump geklaut ein Kochrezept in der Angelwoche im zarten Alter von 15 oder 16 Jahren veröffentlicht hatte. Und es war dann halt das Erste, was ich selbst geschrieben hatte, wenn es auch geklaut war. Und habe mich daran erfreut und habe dann irgendwie Lust gewonnen und Mut. Man schreibt ja nicht von heute auf morgen. Habe mich dann langsam da reingetastet und habe dann eigene Angelgeschichten geschrieben. Da hatte ich wiederum zur Bundeswehrzeit ganz tolle Möglichkeiten, weil ich da Zeit hatte. Ich war also Rechnungsführer Gehilfe. Vielleicht schaut der Feldwebel Geisen zu damals, der Rechnungsführer, der mich da an der Leine hatte damals. An der sehr lang. Und da durfte ich dann gelegentlich halt auch zum Fischen gehen und habe da angefangen, meine Artikel zu schreiben für einen Blinker damals schon. Jetzt habe ich glatt vergessen, dass davor noch die Zeit beim Anglerkurier war. Das war damals die Firmenzeitschrift von Balzer. Und da habe ich eigentlich meine allerersten Publikationen gehabt. Das war ja auch Ende 80er, 90 in der Zeit. Und da habe ich mich so langsam daran getastet. Ja, und irgendwann kamen dann auch die ersten Tracks mit Honoraren. Und da haben meine Eltern gesagt, ach guck mal, der Bub, der macht ja doch was Richtiges. Mit dem Anglengeld verdienen, das haben wir ja nie so richtig geglaubt. Aber irgendwie klappt das. Und da war halt die Bestätigung da und die Lust, auch da beruflich reinzugehen. Ja, und dann eines Frühenssonntags morgens, das erinnere ich auch noch ganz genau, weckt mich meine Mutter. Ich war auf dem Weinfest vorher und war ganz schön müde. Und sie meinte, Bub, muss man ans Telefon gehen? Da ist der Karl Koch. Karl Koch, damals Chefredakteur von Blinker, wollte mit mir sprechen, weil er wollte nicht mehr und nicht weniger als mir ein Volontariat beim Blinker anbieten. Und da war der Bub hellwach. Die zwei Promille vom Shoppen abends waren vergessen. Und ich war total begeistert von dieser Möglichkeit, weil ich habe da insgeheim natürlich von geträumt, Frank. Und da war es passiert, so über Nacht, Knall auf Fall. Ja, und dann ging es nach Hamburg. Und bis heute bin ich halt Berufsangler oder Profiangler und liebe es und habe die Leidenschaft dafür. Konsequent schließt sich natürlich jetzt die Frage an, war es denn auch die richtige Entscheidung, das Angeln zu deinem Beruf zu machen, Jörg? Ja, klar. Das ist ein Riesenglück, wenn man da wirklich sich auch findet. Also uneingeschränkt ja. Wo man dann vielleicht, gerade wenn man als Guide unterwegs ist, sich drüber klar werden muss, ist, dass man das Erfolgserlebnis, das man halt selbst immer so gerne hatte, teilen muss, Frank. Und damit sollte man klarkommen. Also ich verdiene ja mein Geld als Fischguide, die Jörg Strehlo GmbH, www.jörgstrehlo.de. Die meisten werden es kennen, wo wir die Leute halt an Elbe und Ostsee zum Fisch führen. Und da ist es halt schon wichtig, dass man diese Fähigkeit entwickelt. Und bei mir war das schon ein Prozess. Also das ist nichts, was dir von heute auf morgen zufällt. Dass man halt in der Lage ist, mit einem genauso guten Gefühl, wie man selbst den Fisch anspricht und fängt, das Wissen und diesen Fangen halt auch an seinen Gast zu übertragen. Und mir ist das gelungen. Ich kann aber auch jeden verstehen, dem das nicht gelingt. Der sollte sich zumindest überlegen, ob dann der Beruf des Guides der richtige für ihn ist. Aber ich wäre absolut nicht glaubwürdig, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nach drei Jahrzehnten als Berufsangler damit unglücklich wäre und diese Entscheidung in Frage stellen würde. Das ist eine klassische Frank-Frage. Ja, die kann ich, also eine klassische Frank-Frage. Eine klassische Frank-Frage. Genau. Also die Frage kann ich nur mit Ja komplett richtige Entscheidung beantworten. Aber ganz wichtig mit der nötigen Demut. Weil wenn man so lange da sitzt und wenn ihr da draußen Bock habt, das so lange auch mitzumachen, weil ohne unsere Basis wäre ich ja kein prominenter und erfolgreicher Angler, dann wäre der Zug schon früher abgefahren gewesen. Also Glück zu haben mit Authentizität, ohne dass man sich verstellen muss, Leute mitzunehmen auf dem Weg. Auch jetzt vor allem in diese nachhaltige Richtung, in diese umweltfreundliche, fischgerechte Richtung. Wo ich ja am Anfang auch viele Widerstände hatte und auch aus der eigenen Szene als als Ökoterrorist oder sonst was beschimpft wurde. Nur weil ich halt in den ehrlichen Fokus meiner Arbeit gestellt habe, nicht mehr mit giftigen Ködern oder mit Bleigewichten zu fischen. Mal in Frage gestellt habe, ob das klassische Frank-Foto so das Richtige ist. Ob das Catch and Release fanatisch durchgeführt der richtige Weg ist. Oder ob es nicht vielleicht besser ist, mal einen Fisch zu essen. Also das ist ja ein Weg, den ich auch moderieren musste in dem Moment, wo ich mich da nach draußen darstellen wollte. Und das war schon was, was nochmal eine Veränderung dargestellt hat. Und da bin ich allen da draußen echt dankbar, dass ihr mir da zuhört und dass so viele diesen Weg inzwischen mitgehen, Frank. Großartige Geschichte. Ich fühle mich sauwohl. Punkt. Kommen wir schon mal gleich zur nächsten Frage. Die vierte Frage lautet, was war dein größter anglerischer Erfolg? Das ist eine ganz schwierige Frage, Frank. Das ist eine ganz schwierige Frage, weil da muss man überlegen, war es der erste Fisch, den man gefangen hat? War es also vielleicht dieses kleine Rotauge, das bei mir an der Angel hing als Vierjähriger? War es der größte Fisch, den ich gefangen habe? Ein Zander von 21,5 Pfund, 1,1 Meter hier in der Elbe, gar nicht weit hier von der Stelle weg, wo wir gerade hier unterwegs sind? Ja, oder war es vielleicht ein Fang an Stückzahlen von Fischen? Oder ist es vielleicht einfach nur erfolgreich, wenn man zu sich findet? Wenn man beim in meinem Leben halt am Wasser auch für mich gelöst? Auch das ist ein Erfolg. Ich möchte eigentlich wirklich Händeringen davon weg, dass man Erfolg beim Angeln nur an großen Fischen misst und an Geschichten, die man dann auf dem Handy fotografiert, den Leuten zeigt mit riesigen Fischen. Also klar, die großen Fische haben mir Spaß gemacht, da erinnere ich mich auch dran. Aber es sind halt ganz oft auch Geschichten gewesen, die ich als Erfolg bezeichne, wo am Ende des Tages nichts Zählbares bei rausgekommen ist. Also zum Beispiel ein Tag, an dem ich einen sehr, sehr großen Fisch verloren habe, der aber dann unterm Strich in mir auch eine große Zähigkeit ausgelöst hat, diese Fische dann in Zukunft zu fangen. Oder einfach nur schöne Erlebnisse, eine gute Aura am Wasser. Das sind für mich also auch Erfolge. Und du siehst, je länger ich rede und nach diesem größten Erfolg beim Angeln suche, desto weniger werde ich fündig. Das Angeln als solches ist für mich eine Sache, die mich glücklich und somit auch erfolgreich. Schließt sich die fünfte Frage an, vielleicht gar nicht mal so sehr passend vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, aber dennoch stelle ich sie, was war deine größte anglerische Enttäuschung? Es muss ja nicht der Fisch gewesen sein. Das war ein Fisch. Es kann ja auch der vermüllte Angelplatz gewesen sein. Aber was war deine größte anglerische Enttäuschung? Die Enttäuschung, Frank, mit den vermüllten Angelplätzen, die löse ich bei meinen Guiding-Touren und mit meinen Gästen und auch mit meinem Team jetzt inzwischen sehr pragmatisch, indem wir einfach einen Müllsack in unserem Rucksack haben und dann halt den Dreck, die Hinterlassenschaften der Leute einsammeln. Das ist nicht mehr so emotional wie am Anfang. Das ist ein gewisses Ritual geworden, dass wir das einfach machen. Und meine größte anglerische Enttäuschung war tatsächlich, und da kann man es auf den Fisch reduzieren, ein verlorener Fisch. Und nicht irgendeiner, sondern eine Meerforelle, die ich in Boldenhagen an die Angel bekommen habe. Gerade zu der Zeit, als ich beim Blinker aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe mit meinen Angeltouren. Das war dann so 2002, 2003. 2003 muss es gewesen sein. März, neblig, eiskalt. Typischer Meerforellentag. Sechs, sieben Stunden im Wasser gestanden. Boldenhagen an der Strandpromenade gleich links runter geht eine große Sandbank rein. mit meinem Kumpel Jens Lindenau aus Jever. Und ja, war halt nix. War halt so ein normaler Meerforellentag. Relativ unemotional, aber schön und kalt. Und auf einmal, es wurde schon fast dunkel, ist auf maximale Wurfweite ein Fisch eingestiegen, der Power hatte, der schwer war. Und der da draußen rührte. Und ich dachte mir im ersten Moment, ah, geil, ein schöner Dorsch. Weil der war echt schwer. Und es hat diese lange Flucht gefehlt. Und dieses Ansteigen des Fisches im Drill zur Oberfläche hin, wie es eine Meerforelle halt gerne macht, der blieb unten. Und auf einmal kam diese Flucht. Da waren aber schon zwei, zweieinhalb Minuten vergangen. Man kann das ja immer selbst so schlecht einschätzen, wenn man drillt. Jedenfalls nach einer längeren Zeit kam diese Flucht. Der Fisch ging in die Bremse, kam zur Oberfläche und da hat sich zum ersten Mal draußen auf bestimmt 75, 80 Metern Distanz das Wasser bewegt. Und da wusste ich, scheiß die Wandern, das ist eine Meerforelle. Strelo, das ist eine Meerforelle. Und das ist eine größere als die bisher knapp 70er, knapp über 70er, die ich gefangen hatte. So, und es war aber einer dieser Tage, Frank, du angelst selbst, du weißt das, wo man denkt, ey, heute habe ich mir im richtigen Winkel über die Hände gepinkelt. Den Fisch kriege ich. Da kann nichts schief gehen. Und ich habe die geführt und habe sie trotz ihrer mutmaßlich gewaltigen Ausmaße, wenn du auf so einer Distanz schon so einen Fisch erkennst, dann ist er groß, gedrillt, geführt und bekomme sie auf 10, 15 Meter ran, ohne dass noch größere Dinge irgendwie jetzt spektakulär gewesen sind. Es war also einfach ein schwerer Fisch, der immer mal wieder eine Flucht gemacht hat, bis dahin nicht gesprungen war und den ich führen konnte. Aber es hat lange gedauert. Es waren bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten bis zu dem Punkt. Und dann habe ich sie so auf acht, neun Meter Distanz. Denk mir, okay, jetzt hebelst du den Fisch noch drei, vier, fünf Mal aus und dann hast du die in Kechernähe. Und dann stampft so eine große Meerforelle oft an der Oberfläche. Ich habe das ein paar Mal schon erlebt. Wenn du die hart ran nimmst, dann stampft die, windet sich so ein bisschen, geht nach links und rechts, fast wie ein großer Zander. Und dann unterfängst du den Fisch und dann ist das in Sack und Tüten. Aber was die gemacht hat, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Die sprang ohne Anlauf, ohne dass sie eine Flucht machte, ohne dass sie zur Oberfläche kam, quasi senkrecht aus dem Wasser heraus. Als hätte sich dieser Fisch in dem 1,20, 1,30 Meter tiefen Wasser vor mir mit der Schwanzflosse vom Grund abgestoßen. Der Meerforellenstinkefinger. Du, das war aber richtig, der Meerforellenstinkefinger. Und was da, was sich bei mir eingebrannt hat im Gedächtnis, dieser Fisch steht erstmal vor mir und die war gigantisch. Also die hatte jetzt ohne Übertreibung, die hat einen Meter ran und hatte mutmaßlich 12, 13 Kilo. Plank. Also die Ausmaße eines Spiegelkarpfens. Und wenn du da einen Fisch von mindestens 90 Zentimetern, das hatte die mindestens, hast und diese Proportionen dazu, dann kann ich mir gar nicht ausmessen, wie schwer die war. Und als die in der Luft stand, taumelt, und das war dann wirklich der Stinkefinger, der rot-schwarze Snaps, Snaps-Tragert, hässlichster Spinnköder der Welt, aber der, der am weitesten fliegt, aus dem Maulwinkel raus. Und ich sehe, wie der Blinker an einer anderen Stelle ins Wasser fällt, wie der Fisch. Frank, du hättest mich in der Sekunde anstechen können. Du hättest keinen Tropfen Blut gesehen. Ich war greidebleich, ich stand apathisch im Wasser, Sven, wenn du zuschaust, du erinnerst dich vielleicht dran. Ich war nicht mehr ansprechbar und habe dann tatsächlich, und das mache ich normalerweise nie, weil ich an meinem Material hänge, die Angel ins Wasser geworfen und bin zurück. Mit der Warthose zurück ans Ufer, die die Angel trieb auf der Sandbank, die habe ich mir später dann wieder geholt, das war wie die Strömung. Aber das war schon ein Erlebnis, das mich ganz schön mitgenommen hat. Und es war, wie gesagt, Ende März. Die Saison war vor uns und ich habe die nächsten zehn Tage, die nächsten zehn Angeltage an der Küste kein Fisch gelandet. Ich habe sie alle verloren. Das heißt, ich war dadurch wirklich auch so verunsichert und so getroffen durch dieses Erlebnis, dass ich schon sagen würde, es war ein Misserfolg, das war eine echte Enttäuschung. Und damals war ich halt auch noch ein bisschen fischfixierter, da muss ich ehrlich sein. Ich habe diesen Fisch damals auch als große Chance gesehen, wenn das geklappt hätte, meine Meerforellen-Guidings auch zu promoten. Es ist ja klar, wenn du da mal so schnell den deutschen Rekord ablieferst, das wäre schon ganz gut gewesen. Heute wäre ich viel gelassener. Ich würde mich immer noch wahnsinnig ärgern über so einen großen verloren Fisch, aber wie heißt es so schön, Mund abwischen und weitermachen. Man kann ja nicht wirklich was dafür. Also das war schon eine Sache, ich glaube, man merkt es auch an der Art und Weise, wie ich es erzähle. Ich bin ja im Bild, ich bin ja gleich wieder in der Szene drin, wenn du mir jetzt die Frage stellst, das hat echt gesessen damals. Der Stinkefinger. Das war bitter, ja. Jörg, sechste Frage. Was gibt dir das Angeln heute? Was ist dein Mojo, also dein Glück am Wasser und beim Angeln? Das größte Glück, ganz ehrlich. Heute auch Zeit mit meinem Kleinen am Wasser zu verbringen. Und so das eine oder andere, was mir damals als Kind widerfahren ist, heute in seinen Augen und in seinem Handel noch wieder zu sehen. Das ist großartig. Und ich glaube auch gerade, wenn ich, Juri, wenn ich meinen Sohn sehe, Frank, dass Angeln sowas Großes, sowas Großartiges ist und so ein gutes Gefühl auch geben kann und gerade für Kinder so außerordentlich wichtig ist, dass mir das ganz, ganz viel Freude macht. Und es macht mir halt auch ganz, ganz große Freude zu wissen, dass unser Sohn ein Kind sein wird, das weiß, dass man vor dem Genuss von Fleisch oder Fisch immer die Entscheidung über Leben und Tod stellen muss. Und er insofern ein Kind sein wird, dass er sich nie so weit von dem Lebewesen, das er essen möchte, entfernt hat, dass er glaubt, das liegt halt irgendwie in Discounter-Teken, in bunte Tüten gewickelt. Oder die Bärchenwurst ist, oder mit den lustigen Gesichtern, diese Kinderwurst. Ja, die Bärchenwurst ist ganz erstaunlich nicht aus Bärchen. Und schon gar nicht aus Gubi-Bärchen. Nein, überhaupt nicht. Aber halt zum Teil doch noch neben dem ganzen Soja, das drin ist aus Fleisch. Und es ist wirklich furchtbar, dass es auch Strömungen gibt bei uns in Deutschland, die die Kinder davon entfremden wollen und die ihnen das Bewusstsein nehmen wollen, dass eben vor diesem Genuss diese Frage über Leben und Tod gestellt werden muss. Und dann auch ein paar Spezialisten, die tatsächlich Kinder, die sich fürs Angeln interessieren, die Liebe und Freude daran entwickeln, noch als Tierquäler oder Tiermörder bezeichnen. Das sind dann natürlich auch Menschen, mit denen man sehr, sehr schlecht nur einen Dialog und was Gemeinsames finden kann. Also Angeln ist sicher gut für unsere Kinder. Und auch die Frage, Frank, ich hatte mir vorgenommen, sie kürzer zu beantworten, habe ich jetzt wieder relativ lang beantwortet. Aber das größte, was Glücksgefühl, das Mojo oder Mojo, das ich beim Angeln empfinde, ist einfach das, dass mein Kleiner das heute auch mit so viel Liebe, Geduld und Leidenschaft macht. Lieber Jörg, siebte Frage. Bist du eher ein Instinktangler, der nach Gefühl angelt oder bist du ein Wissenschaftler, der detailliert plant und sich eine Taktik zurechtlegt? Ja, da bin ich doch eindeutig klar der emotionale Typ. Also wirklich bauchgesteuert und mache glücklicherweise oft Dinge richtig beim Angeln. Und manchmal natürlich auch falsch, aber habe da ein ganz gutes Gefühl dafür. Also hat sich bei mir, was man so in den Kindheitsjahren erlebt beim Angeln, das ist ja das, was oft auch am nachhaltigsten ist. Und was so richtig sitzt, was tief sitzt. Und ich habe früher einfach das Gefühl entwickelt, schon als Jungangler zu wissen, wann die Chance kommt, dass der Fisch beißt. Also wir haben früher noch mit lebendem Köderfisch angeln dürfen. Ich bin jetzt auch 48 Jahre alt und früher war das halt zu meiner Kindheit noch üblich. Ich habe es so gelernt. Und wenn der Köderfisch dann mit der Pose unterwegs war, habe ich immer relativ schnell gewusst, gleich muss es passieren. Gleich geht die Pose unter. Und da habe ich tatsächlich diesen siebten Sinn gehabt für. Habe den oft auch an der richtigen Stelle platziert und da halt einfach geahnt, dass da ein Fisch unterwegs ist. Und dann diese Spannung, kurz bevor der Biss kommt. Kennst du das? Natürlich. Beim Zanderangeln fragen im Hamburger Hafen. Man hat es dann irgendwo im Gefühl, dass gleich etwas passiert. Genau. Es verändert sich eigentlich vom Licht her, vom Wind. Es verändert sich schier gar nichts. Aber in deinem Körper ist einfach das Adrenalin da. Und das kommt aus heiterem Himmel und oft nach Stunde sechs, sieben oder acht. Und das ist schon dieser siebte Sinn. Und das ist Instinkt. Und ich denke, da ist man dann einfach noch ein bisschen fleißiger beim Werfen, noch ein bisschen konzentrierter bei der Köderführung. Und das ist dann der Moment, wo du dann halt oft auch zum Erfolg kommst. Insofern eindeutig Instinktangler. Ich führe artig meine Fanglisten, wo ich sie führen muss, für einen Verein. Aber ansonsten führe ich kaum Buch über meine Erlebnisse und habe zum Glück die Fähigkeit, es in meinem Kopf abzulegen. Und relativ schnell dann Geschichten in Zusammenhang zu früheren Erfolgen zu bringen und da dann das Richtige zu machen. Also eindeutig Instinkt gesteuert. Was ist dir neben dem Angeln wichtig im Leben? Das Angeln bewirkt so viel und alleine draußen unterwegs zu sein mit meinem kleinen Sohn am Ufer eines Flusses oder am Strand der Ostsee längs zu laufen und dort Steine zu sammeln, mal einen Kecher durchs Wasser zu ziehen und dann mit dem Kleinen die Welt zu erkunden. Und das ist schon eine ganz großartige Geschichte. Und da schließt sich dann halt auch der Kreis zur Familie Frank. Und ich bin relativ spät Vater geworden, habe meine liebe Frau Kerstin auch erst relativ spät kennengelernt. Und weiß, dass mir das heute bei allem, was ich mache, eigentlich den wichtigsten Halt gibt. Also mir ist das Wichtigste neben dem Angeln eindeutig meine Familie und die gute Zeit, die ich auch im Kreis meiner Frau und mit meinem Kleinen zusammen habe. Das ist unglaublich wichtig und das setzt ganz, ganz große Kräfte frei. Aber irgendwie auch dieses Gefühl geborgen zu sein, was ich für sehr wichtig halte. Ja, und dann bin ich einer, der auch gerne mal einfach nur laufen geht. Früher, als ich nur ein paar Kilo weniger auf dem Ritten hatte, auch echt intensiv Dauerlauf. Das heißt modernen Marathon und nicht Dauerlauf. Joggen. Ich bin ein Jogger. Ein Jogger. Joggermaßen. Oder ein Genussläufer, würde ich sagen. Weil ich eigentlich selten die Stockuhe laufen werde. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, Genusslaufen. Aber naja, gut. Boah, ich kenne auch Leute. Muss man viel geboren sein im Zweifel. Das stimmt, Frank. Aber ich kenne auch echt Leute, die setzen sich da dann auch wieder unter Druck, um irgendwelche Zeiten zu erreichen und, und, und. Ich habe mir die Laufschuhe angezogen, bin auf dem Deich und bin gelaufen. Heute mache ich es halt mit ambitioniertem Powerwalking, würde ich mal sagen. Weil das Joggen, da müssen noch ein paar Kilo runter. Aber da will ich mal wieder hin. Da habe ich richtig Bock drauf, weil dieses Lauftraining, das Laufen, das hat mir einmal aus so einer Phase rausgeholfen, wo ich 125 Kilo hatte, wo ich auch ins Bierchen nicht reingespuckt habe, wo ich 60 Kippen am Tag geraucht habe. Und das weiß ich, wie gut mir das in meinem Leben tut. Und damals, also in einer eher destruktiven Phase, hat mir das Laufen sehr geholfen. Und heute in einer sehr guten Lebensphase, auch gestärkt durch meine Familie, durch die wahnsinnige Lust und Leidenschaft, die ich an meinem Job auch finde, glaube ich, wäre das der Hammer. Ja, also da würde es wahrscheinlich die Sache noch runter machen, als sie so schon ist. Also da arbeite ich darauf hin, um vielleicht in diesem Jahr, so zum Herbst hin, auch mal wieder mal eine drei, vier Kilometer am Tag joggen zu können. Joggen war das Wort. Joggen, genau. Dauerlauf. Genau. Ein schönes Ziel. Welchen Rat würdest du einem Anfänger geben? Einem Angelanfänger, nicht einem Dauerlaufanfänger? Ja, der Angelanfänger sollte sich auf jeden Fall seinem Fachhändler erst mal widmen, sollte dann aber auch aufpassen, dass er in diesem riesigen Angebot, das es in diesem Laden mutmaßlich geben wird. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, da war halt der Laden sehr sparsam bestückt. Da war das für mich nicht so das Problem. Aber wenn ich heute sehe, was da in den Geschäften hängt, da kann ich nur jedem Anfänger raten, da nicht die Orientierung zu verlieren. Und nur hoffen, dass er auch an einen Händler gerät, von dem es ja viele in Deutschland gibt, die es ernsthaft und gut mit ihm meinen. Und der es dann auch schafft, mit ihm zusammen den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Sortiment zu legen. Und wenn dann vielleicht ein Grundstock an der Angelausrüstung, vielleicht am besten eine Stipprute, so zum Einstieg mit Pose und Maden, geschaffen ist, damit halt auch der anglerische Erfolg sich dann bald einstellt. Das geht halt beim Stippen einfacher als beim Wallerfischen oder als beim Zanderangeln, ne Frank? Wir haben ja auch lange um deinen ersten Zander damals gekämpft. Das ist ja oft eine Geschichte, die einem nicht so einfach zufällt. Ja, Jörg war tatsächlich einer der prägenden Zandergeins in meinem Leben. Auch der einzige. Insofern ist das kein Wunder, dass er prägend war. Aber er führte mich damals unter anderem auch zum Fisch. Hat geklappt, ne? Hat geklappt. Aber wir wissen, dass das auch nicht immer ein von Rosen gebetteter Weg ist. Das kann also schon mal ein bisschen länger dauern. Und deshalb, der Anfänger sollte im Idealfall einfach mit einer Stipprute einsteigen. Weil das Führen einer Pose, so banal sich das anhört, aber das Verzögern der Trift einer Pose, zum Beispiel hervorragende Grundeigenschaften schafft, um auch einen Gummifisch oder einen Pilger oder einen Wobbler führen zu können. Da lernt ihr, Fische anzusprechen. Zwar mit einer Made oder einem Würmchen am Haken, aber ihr lernt, wirklich die Voraussetzungen zu schaffen, um einen Fisch zum Biss zu überreden oder davon zu überzeugen, dass das Lägerchen das Richtige ist. Deshalb am besten so anfangen und auf gar keinen Fall, Frank, das ist das Wichtigste, zu verzagen oder dieses sagenhafte Hobby in Frage zu stellen, nur wenn drei, vier, fünf Tage hintereinander halt nicht der erste Fisch gebissen hat. Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh. Da ist so viel draußen zu beobachten. Da ist so viel, was einem gut tut. Allein die frische Luft, die schöne Landschaft, die uns erdet, die uns runterbringt, mindestens so gut wie einen Fisch zu fangen. Wenn beides dann zusammenkommt, dann habt ihr es eh geschafft, dann kommt ihr von dem Hobby nie mehr los. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage mit der Bitte um die Jörg-übliche kurze Antwort. Das schaffe ich. Welchen Rat gibst du jedem Angler? Ja, jedem Angler. Wenn ich jetzt von ausgehe, dass 100 zuschauen, muss ich ja 100 verschiedene Ratschläge geben. Ach so, nur 100? Ja, nee, ich mache es kurz. Also ohne Scheiß, wenn ihr rausgeht und die Zeit, diese Qualitätszeit am Wasser genießt, macht ihr alles richtig. Und klar, Angeln ist Emotion. Und wenn man viel fängt, ist man auf dem Hai. Wenn man einen großen Fisch verliert, ist da eine große Enttäuschung in dem Moment. Es bewegt sich was in euch. Aber ein Tag, an dem man jetzt vielleicht kein Angelglück hatte, keinen Biss bekommen hat oder keinen Fisch gefangen hat, als einen schlechten Tag zu bezeichnen, das ist was, was ich bei manchen Anglern, die ich in meinem Leben so kennengelernt habe, nie begriffen habe. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr das von euch fernhalten könnt. Genießt die Zeit, seht sie als ein Geschenk. Ihr habt frei, ihr seid draußen am Wasser, ihr seid in der Natur, ihr tut das maximal Beste, was ihr euch und eurer Seele zufügen könnt. Ihr seid draußen, ihr genießt die frische Luft. Ihr habt vielleicht noch das Glück, ein tolles Lebensmittel, ein tolles Nahrungsmittel mit nach Hause zu nehmen, in Form eines selbst geangelten Fisches. Ihr habt das Richtige gemacht, indem ihr Angler geworden seid oder Anglerin. Habt eine gute Zeit und alles ist gut. Vielen Dank.